Letztes Mal bei Minecraft Story Mode Ah, wo manche bauen dürfen Is it is is it safe everyone everyone please not as bad as it looks What that monster it wants to eat us no no it won't hurt anyone it's totally I can understand why the guards are after you I mean that was awesome right I Told you I told you I'm really sorry Wowzers what kind of favor I help you get into the palace you help me steal the Eversource for my people Castles in the sky Okay my friends this should take us right into the throne room once inside we will just need to find the secret entrance that the founder supposedly uses Isn't it exciting on our way to changing everything Freeing the Eversource for the people This sounds risky Milo the throne room doesn't exactly seem like a low security part of the palace I know isn't it thrilling Wieso ist das unbewacht Nine Ivor Uh oh Okay the throne room was in here Yeah I know I know why are you saying things to me that I already Whoa Jesse Jesse Petra boy am I glad to see you guys Right back at you So glad you two are okay What happened to you We were in the dungeon but we broke out It's a good thing you guys are here Aiden's going after the Eversource Which we obviously can't abide We're here to get it first Wieso will er denn Eversource haben Fantastic That is what we are doing as well Who uh who's this guy by the way I mean I assume he's cool right Why would you assume that Lucas Ivor this is Milo He's the leader of an underground rebellion Wow That's pretty cool A pleasure Yeah Hi Sure The founder's secret entrance is supposed to be somewhere in this throne room If it's in here we'll find it Hmm Okay los geht Suchen wir mal Blocked doorway Stimmt hier sind Gleise Wir müssen da einfach nur einen Hebel platzieren Okay Sie schaut dass keiner reinkommt Und ich glaube da hinten gibt's irgendetwas was uns weiterhilft Oder Bookcase Was Von Soren ist hier was drin Soren Daheg Wow lila Geil Da ist Gras Als Thron Nochmal Ah da ist Holz Passt Und da ist Cobblestone Da ist ein Regenerator Lol Da ist ein Cobblestone Regenerator Äh Generator Der ist leicht beeindruckt finde ich Ah grab Wie er sich freut Jetzt brauchen wir nur noch einen Stick Also müssen wir irgendeinen Baum fällen Und ich will nicht dass das der Baum ist Na Wir brauchen noch einen Stick Da können wir nicht weiter Schade Vielleicht hat er einen Stick Wir brauchen ein Stick Ein Framed Stick wäre auch gut Leather Slot Und Und Nein Wir brauchen noch einen Stick Vielleicht hat sie einen Stick Okay wir beilen uns mal Vielleicht hat Ivor ja etwas Ivor Ich will wirklich nicht den Baum kaputt machen Das wäre brutal Nochmal Bokeys anschauen Vielleicht ist da was anderes Okay da ist nichts mehr Hier ist auch noch so eine Art Geheimfach Aber Das ist ja richtig offensichtlich Dass da irgendwas ist Wir können zu keinem mehr reden Crafting Table Wir brauchen noch einen Stock Verdammt Ah Was war das Irgendwas mit Sticks hat sie gesagt Aha Wir haben einen Stick daraus bekommen Das wäre cool Wenn man das in Minecraft einbauen würde Direkt in der Wüste Dass man Sticks machen könnte Okay Let's do this So da Und der Stein unten Ich hab nicht vergessen Wie man jetzt einen Schalter macht Ja Okay Der Freakt Mich irgendwie Äh Der ist ein Freak Leather Slot Okay Wir haben es gefunden Was mit Minecarts Ich glaub Aiden und die anderen sind schon da Ich wette es sogar Okay Okay Sie haben hier alles einfach gehortet Das hätte ein Ich glaub das war mal eine große Insel Und die haben einfach alles gehortet Sodass alles eigentlich quasi ausgestorben ist Oder Ja Ja da kommt ein Schaf raus Ja da kommt ein Schaf raus And they're all different colors They must be You know Color-coded What's in them So, she can just spawn things whenever she wants to. So, the Eversource makes these spawn egg things. Stay on your toes. We're close. Ah, I can't wait. Man, Ivor. Let's take a look around. Ghast. Whoa. Ghast. Was ist hier? Pigs, Zombies, Pigmen, Sheep, Blaze, Slime, Spiders, Ghast, Pigmen, Zombies, Ghast. Oh, da ist etwas. Was ist das? Ein königliches Huhn. You serious? The Eversource is a chicken? What? Yes. The spawn eggs. It's so simple. Wait. Wait, wait, wait. That's the Eversource? So, the chicken lays the eggs. And the eggs make monsters and the loot from the monsters made this place. Well, throw it in the minecart and let's get out of here. We're still taking it, right? The chicken that the entire city depends on? Are you sure that's a good idea? What are you talking about? We need to bring it to the people. With it we'll finally be free of the founder. Hmm. But that clucking thing is what we came for. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht weiter, Leute. Wow, die Königin ist ganz schön stark und schnell. Ich weiß es. Ich weiß, dass du hier bist, um mich zu holen zu holen. Ah, die Königin ist. Oh, sie ist zu schnell. Just, gib mir ein Sekunden, um mich zu holen. Oh, warte mal ein Sekunden. Wir sprechen über das, okay? Ich bin nicht sicher, dass es nichts zu holen ist, okay? Es ist wie ich dir, Founder. Sie sind hier, um zu holen die Eversource. Klassikerin der Steine. Du hast nicht gesagt. Was? Nein! Du glaubst nicht, dass du siehst! Du hast die falsche Idee! Schau mal, Kriminelle! Sind Sie schuldig? Du willst es nur für dich selbst! Du erwartest mich einfach, ein paar Kriminelle zu glauben? Aiden hat mich warnen, dass du ein Packer Thieves bist. Und hier bist du. Du bist, wie du siehst, mit der einzige Sache, die unsere Stadt beträgt, um zu überleben. Mann, wenn du es so sagen möchtest, fühle ich mich fast schlecht. Ja, ich bin Angst, dass ich das Fleisch nehmen werde. Ich habe dich gewarnt. Aiden, mach nicht das. Somebody ordert Ecke. Oh, direkt in mein Gesicht. Verdammt. Wir müssen sie retten. Oh, was war das jetzt gerade für ein Frame-Einbruch? Nein! 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 What?! I'll take it from here. What the actual... Fuck! Hey ho, Leute! PV-Style aus der Zukunft hier. Hallo! Leider muss ich den Part hier beenden. Ich hoffe, euch hat der Part hier sehr gefallen und dass ihr auch beim nächsten Part wieder einschaltet. Hinterlasst mir ein Feedback, wie euch der Part gefallen hat, was für Entscheidungen ihr genommen hättet. Und ich hoffe, wir sehen uns einfach beim nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt Minecraft Story Mode. Haut rein! Meine lieben Styler, bis zum nächsten Part. Euer PV-Style. Tschüss. Ciao !